liebe geschwister im herrn jesum christ um wir sind jetzt in der reihe zur bibel beim thema charismatiker teil 11 hier auch ein link zur charismatik bbp das ist die bekannte abkürzung von betrogenen betrüger pfingstlern aufklickt dann seht ihr dann weitere hinführende aufklärung über diese betrugswelle die seit 1000 jahre 1900 auch in europa da ist gab es immer ein wenig aber als welle ab dem jahre 1900 von norwegen über amerika bis nach europa und dann die ganze welt die pfingstlich charismatische bewegung hat ihren verführungsangriff auf die zeugen jesu christi circa im jahre 1100 gestartet zu diesem zeitpunkt sind viele freikirchen und religiösen gruppen von diesem geist unterwandert worden das was der jesus auch gesagt hat matthäus 13 33 diese frau die sauerteig unter das mehl gemischt hat bis alles durchsäuert ist es ist überall es ist alles durchsäuert von spiritismus okkultismus galvinismus all versöhnung neu apostolen alles ist verseucht der entstandenen schaden ist unbeschreiblich groß deswegen ist es nötig die pfingstlich charismatischen lehren anhand des wortes gottes zu prüfen durch gottes gnade konnten doch einige die ihr lehrer der pfingst charismatische bewegung durchschauen und sind und sich von jesus christus daraus befreien lassen umkehr ist also möglich man muss es erkennen bekennen und dem herrn jesum nach folgen pfingster sind vor allem leute die das wort gottes ja nicht kennen sie lesen verse aus der bibel aber nicht die bibel sie lesen verse aus der bibel aber nicht die bibel das ist auch bei zeugen jehova und anderen antichristen so eine ganz riesen gefahr ist zum beispiel die losungen der herrenhuter spiritisten bewegung mit ihren verslein die sie für geld verkaufen wer wirklich in gottes wort bleibt der wird die wahrheit von der irrlehre unterscheiden und er wird frei werden und ewiges leben haben johannes 8 die aussagen von johannes 8 beinhalten feste zusagungen gottes die absolut verlässlich sind diese verheißungen gottes an jedem einzelnen der in gottes wort bleibt gelten auch für unsere zeit wo die ihr lehren weltweit dramatisch zu nehmen und hier das müsst ihr jetzt selber gut durchlesen studieren nachlesen im wort gottes was das ist nur ein ganz ganz kleiner ausschnitt von dem was in der pfingst charismatisch spiritisten bewegung gekommen ist weil sie nicht glauben was im wort gottes steht suchen sie nach zeichen und wundern weil sie keine christen sind suchen sie nach zeichen und wundern und lügen sich gegenseitig den ganzen tag voller dreck in die eigene hosentasche also noch einmal der haupt link ist hier betrogene betrüger pfingster aufklicken seite da und wenn ihr dann am schluss vom youtube seid könnt ihr unten auf mehr ansehen klicken und da könnte diese datei eins zu eins lesen runterladen was ihr wollt und sie auch komplett hören für die geschwister die nicht mehr so gut lesen können wegen den augen oder so im herrn jesum christum einen guten tag